Wissen Sie, was Anastasia aus Russland mit Lenz aus den USA verbindet? Roman aus Polen mit Paula aus Deutschland? Oder Oth aus Frankreich mit Fritz Egger und Michael Egger aus Österreich? Richtig, die Leidenschaft für den einzigartigen Werkstoff Holz. Sie verbindet unsere Tiroler Anfänge mit der internationalen Gegenwart. Die Leidenschaft verbindet Werte und Visionen eines Familienunternehmens mit verantwortungsvollem Handeln. Mein Opa hat hier beim Egger gearbeitet und mein Papa arbeitet auch beim Egger. Der Grund, dass ich beim Egger bleiben werde, ist einfach das, dass ich das Familiäre einfach so spüre. Man muss sich nicht verstehen. Es ist einfach so, du kommst da die Firma rein und kannst einfach so sein, wie du bist. Das ist einfach Novi. Die Leidenschaft verbindet gelebte Menschlichkeit mit dem Vertrauen in unsere unternehmerischen Fähigkeiten und Stärken. Bei Egger ist es sicher so, dass die Leute bleiben, weil sie sich aufgehoben fühlen. Die Chancen bei Egger, glaube ich, sind enorm. Vom Lehrling zur Führungskraft ist alles drin und die eigenen Mitarbeiter, wenn sie gut ausgebildet sind, sind einfach das Kapital der Firma. Die Leidenschaft verbindet das gemeinsame Anpacken mit dem Entwickeln innovativer Lösungen. Es ist die Leidenschaft für diesen einzigartigen Werkstoff, die uns jeden Tag aufs Neue antreibt. Auf Egger kann man sich verlassen. Wir sind und bleiben ein Familienunternehmen. Und das Wichtigste ist bei uns, wir haben Mitarbeiter, die nicht mitarbeiten, sondern die mit Herz, Hirn und Hausverstand dabei sind. Je größer der Betrieb wird und Wachstum steht nach wie vor auf unserer Agenda, umso wichtiger wird, dass man auch Fehler zulässt. Aus Fehlern lernen, sie dann zu korrigieren. Das ist einer der entscheidenden Erfolgspunkte begleitet durch eine unheimliche Menge an Glück. Wir sind beide keine Ja-Sager. Wir wollen das gerade, ehrliche Wort. Am Ende eines Vertrages wird bei uns ein Handschlag gemacht und wir sind bekannt, dass egal ob Verkauf oder Einkauf oder bei Mitarbeitern, der Handschlag gilt. Wenn es uns gelingt, diese Werte auch in die nächsten Generationen zu bringen, dann glaube ich, ist ein Wachstum unseres Unternehmens so gut wie gegeben. Aber beginnen wir doch ganz von vorne, im Jahr 1961, bei der simplen, aber visionären Idee von Fritz Egger Senior, die auch heute noch eine große Motivation für uns ist. Holz ist viel zu wertvoll, um es einfach wegzuwerfen, dachte sich Fritz Egger und machte aus dem bestehenden Siegewerk in St. Johann, ein Spanplattenwerk. Fritz Egger war ein Mann, auf den man sich verlassen konnte, der einen Weitblick hatte, der dynamisch war und von seiner Idee überzeugt war. Ich habe als junger Techniker die erste Spanplattenanlage hier in St. Johann installiert 1961. Es gab ja damals nur ganz wenig Know-how, das haben wir uns größtenteils dann selbst erarbeitet. Wir waren in der Zeit wirklich fleißig Tag und Nacht, muss man schon sagen. Wenn ich allein daran denke, wir hatten damals 28 Mitarbeiter und heute sind es über 10.000 Mitarbeiter weltweit. Der Großvater war nicht nur Tiroler, er war ein Ur-Tiroler, bodenständig. Er hat seine Vision klar im Kopf gehabt und die hat er zielstrebig verfolgt und der ist auch nachgekommen. Mein Vater und mein Onkel gemeinsam haben wir das Unternehmen wirklich international aufgestellt und sehr erfolgreich aufgestellt. Haben die Vision vom Großvater schon weitergetrieben, dass wir nachhaltig wirtschaften und eigenständig auch wirtschaften. Und dass wir das investieren, was wir erwirtschaftet haben, das geht nicht in die Familie, das geht in den Betrieb. Ich sehe meine Pflicht, das Unternehmen erfolgreich weiterzuführen, den über 10.000 Mitarbeitern auf jeden Fall einen Arbeitsplatz zu bieten, der nachhaltig ist, der auch sicher ist und den es in den nächsten 60 Jahren auch noch geben wird. Wir sind in Österreich zu Hause und in der ganzen Welt daheim. In elf Ländern mit 21 Werken und weltweiten Vertriebsbüros. Wir sind über die letzten Jahrzehnte von Österreich kommend über Deutschland, Westeuropa, Osteuropa und jetzt auch am EREKA stark gewachsen. Das bringt es natürlich mit sich, dass wir durch die vielen Kulturen, die uns verbinden, eine hohe Vielfalt haben. Die wollen wir nützen, dass sich unsere Mitarbeiter einbringen können und aus verschiedener Perspektive dann Themen anders beleuchten können. Die Werte eines Familienunternehmens und der einzigartige Egger Spirit sind in all unseren Werken und Vertriebsbüros zu spüren. Wir haben eine Politik in unserer Firma und deswegen passen wir ganz gut zueinander. Ich kann zum Beispiel in ein anderes Werk kommen, in ein anderes Land und genau im Werk fühle ich mich wie zu Hause. Wenn du etwas verbessern willst, dann kannst du einfach sagen, das ist sehr schön. Das ist die Kunst, mehr aus den Menschen zu machen, nicht nur mehr aus Holz zu machen und den Mitarbeiter abzuholen, der eine gute Idee hat. Eine kleine Idee, vielleicht mit einer großen Wirkung und diese zu hören, aufzunehmen und in die Werke vervielfältigen und alle profitieren von dieser Idee. Diese Aufgeschlossenheit zeichnet das Unternehmen von Anfang an aus, aber auch die Bereitschaft und der Wille, ständig besser zu werden. Es ist die sehr hohe Mitarbeiterorientierung im ganzen Unternehmen, über alle Kulturen, über alle Standorte im Unternehmen hinweg. Diese unglaubliche Bereitschaft von Kolleginnen und Kollegen, sich für das Unternehmen einzusetzen, die ist einzigartig. Egger war immer eine Marke. Egger hat immer Dinge anders gemacht. Wir haben Kunden gewonnen, die an die Marke, an die Produkte, an die Kultur des Unternehmens geglaubt haben. Internationales Wachstum gelingt nur gemeinsam. Gemeinsam mit unseren Kunden konnten wir neue Märkte aufbauen und die Marke Egger weltweit etablieren. Und gemeinsam mit unseren Lieferanten wurden wir zum Technologievorreiter unserer Branche. Wer weltweit mehr aus Holz macht, braucht vor allem auch hervorragende funktionierende Teams. Teams die Freude haben am Arbeiten mit diesem faszinierenden Werkstoff. Deshalb hört man in unseren Werken neben diesen Geräuschen auch auffällig oft diese Geräusche. Egal ob Möbel und Innenausbau, Fußboden oder Bauprodukte. Es ist genau diese Freude, die schließlich zu hervorragenden Produkten und Services führt. Es geht um Leidenschaft, es geht um die Träume, es geht um Emotionen. Man sollte sich, wo man wohnt, wo man lebt, wo man arbeitet, wohlfühlen. Unsere Produkte ermöglichen, dass jeder sich seine persönliche Welten schaffen kann. Also unser Ziel ist es ja immer, so nah wie möglich an der Natur zu sein. Die Realität auf die Platte zu bringen. Man hat das Dekor, also das Design und dann kommt nur die Oberfläche und die Haptik. Die Herausforderung ist es, langlebige Produkte zu entwickeln. Gesund, nachhaltig und am Puls der Zeit, so dass es sich aber jeder leisten kann. Es ist unser Anspruch, unseren Kunden alles aus einer Hand zu bieten. Mit dem weltweit einzigartigen Komplettangebot von Werkstoffen im Dekor, Struktur und Materialverbund geben wir unseren Kunden größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Also aus diesen Platten werden eigentlich die diversesten Sachen gemacht in einem Haushalt. Von der Küchenarbeitsplatte über die Küchenunterschränke, Oberschränke, Wohnzimmermöbel, Badezimmermöbel. Und die meisten Leute wissen eigentlich gar nicht, wo in ihrem Haushalt überall Eckerplatten drinnen steckt. Aus Ideen fürs Leben werden Produkte zum Wohlfühlen. Es fängt beim Boden an, da stehen wir jeden Tag drauf und ein guter Boden ist die Basis für schönes Wohnen. Uns gibt der Erfolg recht, weil wir mit diesen lokal produzierten ökologischen Böden ja auch einen gewissen Trend abdecken, nämlich nachhaltiges Wohnen. Nachhaltiges, leistbares Bauen mit Holz, das ist unsere Vision. Holz ist beständig, ist ein atmungsaktiver Werkstoff, wo man nicht sehr viel Bauchemie beisetzen muss. Und der große Vorteil gegenüber anderen Werkstoffen ist es, dass man sofort einziehen kann. Also der ideale Werkstoff für die Zukunft. In unserem gruppenweiten Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung testen, optimieren und evaluieren wir Produkt- und Technologietrends. Im Zusammenhang mit der Holzbranche ist der Labor, wie wir sie vorfinden, sicher etwas einzigartiges. Wir analysieren Holz, wir analysieren Inhaltsstoffe in den Oberflächen, Bodenproben, Luftproben, Abwasserproben und schauen, dass wir am Ball bleiben und eben ein Gefühl zu kriegen, was könnte in Zukunft auf uns zukommen. Damit wir unseren Kunden von heute und morgen zuverlässige Qualität gewährleisten können. Wir bei EGA haben etwas, was wir EGA-Standard nennen. Es ist die gleiche Qualität weltweit, die gleiche Farbe, die gleiche Strukturen. Und wir können diese Qualität überall beraten. Und die Kunden auch fühlen, dass ich nicht nur ein Produkt verkaufen bin. Ich verkaufen die Qualität, das Design, das Service und uns als Firma. Verlässlichkeit ist ein ganz hohes Gut bei EGA. Wir wollen, dass unsere Kunden, unsere Partner, unsere Mitarbeiter sich auf uns verlassen können. Und wir versprechen auch unseren Partnern nur das, was wir auch halten können. Dafür arbeitet jeder von uns Tag für Tag mit vollem Einsatz. Mehr Staplerfahrer bewegt pro Tag Unmengen von Holzprodukten. Ja, ist schon eine logistische Herausforderung. Die ganze Verladerei mit der Eisenbahn, mit LKW. Das Wichtigste ist, dass der Kunde zufrieden ist. Das ist auch ein Versprechen von EGA gegenüber dem Kunden. Transparente Zusammenarbeit ist uns besonders wichtig. Deshalb gehen wir mit unseren Informationen offener um, als es der Markt verlangt. Bei uns kann man wirklich sehr tief reinschauen, wie wir wir wirtschaften, wie wir einkaufen, wie wir unsere Mitarbeiter beschäftigen. Also man bekommt tiefe Einblicke darin, wie EGA funktioniert und was EGA vor allem für eine gute, positive Zukunft leistet. Das Arbeiten mit dem Holz ist für mich einfach spannend, interessant. Allein schon, wenn du durch den Holzplatz gehst, der Geruch, wie es da riecht. Und natürlich, dass man aus dem Holz etwas Neues draus macht und nicht nur das Holz verharzt. Das ist für mich auch wichtig. Wenn man davon spricht, in geschlossenen Kreisläufen zu arbeiten, bedeutet das, dass man mit dem Rohstoff Holz verantwortungsvoll umgeht. Mit Altholz und Recycling beschäftigen wir uns seit deutlich über 20 Jahren. Die Spanplatte kommt über den Kreislauf Altholz-Recycling wieder an uns zurück und fließt dann parallel mit Frischholz-Sortimenten wieder bei uns in die Produktion ein und wir produzieren wieder eine Platte daraus. Wir nehmen unsere Verantwortung für Mensch und Natur ernst. Wer so eng mit der Natur verbunden ist wie wir, muss nicht nur nachhaltig denken, sondern auch tagtäglich dementsprechend wirtschaften. Als Familienunternehmen mit Haltung treffen wir all unsere Entscheidungen mit Bedacht. Heute, morgen. Für unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden. Denn nur gemeinsam machen wir Mehr 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 Aus Holz Aus Holz Von Wood Mehr aus Holz 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 Mehr aus Holz